Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu... Oh Gott! Alter Vater, alle die... Hallo und herzlich willkommen zu... Hallo und herzlich willkommen zu... Was ist der mit dem... Oh ne Scheiße! Warum leckt mein Spiel? Ne, ich weiß nicht. Er war ja auch tot Zwischensier. Ja, hab ich 6-5. Ja, egal. Positiv. Ey Bram, du hast 4-5. Alles klar, negativ. Ich muss das auch noch mal ganz schnell kurz machen, weil ich hab aus Versehen um 10 vor 10 ne Folge ne Runde LoL angefangen. Da kann ich jetzt weiter zocken. Wow! Wow, deswegen hab ich mich angestrengt. Ist das denn jetzt... Echt so? Du hast gar nicht LoL minimiert, hast kurz die Challenge gemacht. Das ist kein Spaß! Das ist echt kein Spaß! Wow! Oh, wie erniedrigend! Ich guck ganz kurz auf dein LoL online ist. Der Lava bestimmt. Scheiße, jetzt hab ich aus Versehen... Oh, Mist! Oh, LoL! Nein! LoL! Nice! Oh Gott! Was? Ich brenne! Oh Shit! Bombe, 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 Bombe! Jetzt brenne ich auf! Bonpeter! Platz 17, nice! Also egal, machen wir nochmal! Auf einmal kommt 17! So bist du auch 17! Geht doch gar nicht! Der ganze Team ist 17! Der hat noch ein Team, äh... Achso! Christian! Ich wusste das! Uta, 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 Uta! 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 Oh mein Gott! Uta! 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 Oh nein! Jetzt bin ich auf dem... Die stehen wieder am Start, die 2 Ochsen da! Du stehst immer am Start! Oh Mann! Die 2 Ochsen da! Ah doch, hab ich doch geschafft! Okay! Fehler 0! Wieso hat er genauso viele Punkte gekriegt wie ich, der Christian? Ja, weil ich keinen Fehler gemacht hab! Boah! Jetzt kommt es schwer! Jetzt kommt es schwer! Jetzt kommt es schwer! Nein! 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 Peter! Ich hab's kaputt gemacht! Uta, du Schlampe! Das kann nicht wahr sein! EJ! Boah! Was ist denn da gerade passiert? EJ! Peter kann halt einfach nicht Auto fahren! Fick dich! Was da gerade passiert ist, kann einfach nicht wahr sein! Das Spiel ist einfach nur Schüsse! Ja! Komm, du musst jetzt nicht weg, deswegen erst du krass an deinem Kopf kommen! Ey, aber witzig! Witzig, witzig sein! Witzig, witzig, witzig! Witzig, 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 witzig! Witzig, 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 witzig! Jetzt muss ich wickeln! Witzig, witzig! Witzig, witzig! Ich will den irgendwann zerstören! Der hat sich auf dem Radar wart und man gerade loslauft! Oh, da hab ich dich im Winkel gesehen! Scheiße! Das ist ein LoL! Du schießt ja mit 2x in den Fuß! Das hätte ich sein können! Das hab ich ihm gemacht! Da ist der Bram, die Sau! Ey, Bram! Oh Gott! Ja, ich... Mann! Ja, leck mich doch am Fetz hier, Ende! Ey, Bram hat Federn... Doch, Mann! Bram hat Federn doch! Ne, was, Mann! Das darf nicht wahr sein! Okay, Server ist leider wieder raus! Fuck! Das ist doch nicht wahr! Der andere ist B hinten, Richtung uns am Spawn! Nice! Oh, nein! Der kann... Der ist aufgestanden, der ist nicht mehr tot! Hallo, Brams! Geniale schauspielerische Künstler! Konnten Christian nicht überzeugen! Ne, Moment! Bram! Siehst du, Christian? Jetzt hab ich gezielt! Ich hab' ich fast von der Map gejumpt! Kannst du in der Ruhe jumpen? Ja, ich bin halt wieder... Oh, ne, 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 ne! Ach du Scheiße! Ohoho... Chris finde ich superverdächtig, wie er diese Runde spielt. Ja. Und Sepp ist wieder so sehr zurückhaltend, ich weiß doch nicht. Keine Ahnung, das ist so meine Einschätzung. Ja, Sepp... Mikkel hat sich leider mit Binde an den Tisch gesetzt. Okay, gut, komm! Wer möchte, wer würde, wer würde sich freuen, als Mikkel, bei Mikkel als Kanzler? So, klick. Flo! Ich boxe dich! Ich boxe dich! Bleib hier! Bleib hier! Ich boxe dich! Bleib hier! Ich boxe dich! Ich bin in dir! Ja, ich versuche ihn zu boxen! Ja, kaputt! Ich boxe ihn! Ich bin tot! Wow! Dein Feierabend Jetzt hätten wir auch mal den Sturm Ich habe hier nur Aids-Kids Ich habe auch gerade Aids, ey! Yes, 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 yes! Oh Gott! Was für eine Strecke, Alter! Komm, schnied, dein Schnabel bis zum Go! Spidibi, Spidibo Verschafft ihm Ärgernis am Gro Die schnellste Maß von Mexiko Spidibi, Spidibo Immer wieder frech und froh Spidibi, Spidibo Der schnellste Mars von Mexiko Ja, aber sehr, sehr langsam Ich muss hier voll, ich muss hier einen Sprung rückwärts schaffen Ich schaff das nicht Yes! Ich schaff das nicht! Nein! Oh, jetzt muss ich das nochmal machen Ich muss gerade hart pinkeln Sehr schön, Peter! Wow, Peter! So B-Land! Immer wieder so B-Land! Wow! Wir haben auch schon ewig nicht mehr gespielt! Nicht mehr gespielt! Wow, Peter! Wollte ich auch spielen, ja! Dankeschön für den Auswähler! Na gerne! So! Das ist mal wieder Syntax-Error, ey! Danke für den Auswähler! Error 53 Pete ist liberal! Ramon, du hast mir zwei rote gegeben, oder? Ja, hab ich! Und ich hatte drei! Ich hatte ohne Spaß, ich hatte drei rote! Das tut mir aber leid! Ja, Sepp, du bist raus! Leg mich am Arsch, ey! Das ist so geil! Peter, wem vertraust du? Mach mich zum Präsidenten! Hey, Sepp! Hm? Auf die Uhr! Auf die Uhr? Zwölf Minuten, ja, ist alles gut! Na, Bram! Ich weiß, du bist prädestiniert! Ich wollte aber nur einen Zwischenstand haben, kurz! Ja, ja! Ja, ja! Jetzt werde ich hier wieder geflamed, oder was? Wobei! Ne, du wirst nicht geblamed! Das ist doch kein Blame, wenn ich mal kurz frage, oder? Ja, ja! Kann das der Pete's Meat PC sein? Was war denn die Frage, Bram? Guck mal auf die Uhr! Ja, guck mal kurz bitte auf die Uhr, und dann... Da war dieser Unterton! Guck mal auf die Uhr, Sepp! Ne, die richten... Ja, okay! Ja, ja! Ich wollte dich blamen! Ich wollte dich blamen! Ich wollte dich blamen! Das ist auch okay, damit kann ich leben! Und dann geht aber die Diskussion los, das wäre alles Rassismus, weil die schwarze Karte ja nur für was Negatives stehen würde! Ja, und dann gibt's die schwarz-weiße Karte! Ja, genau! Das ist die schwarz-weiße Karte! Mit ein bisschen Rot drauf! Und dann kommt die Diskussion, warum ist da kein Braun drauf? Warum ist da denn mehr Braun drauf? Ja, für die Latinos! Was? Ist die offizielle Farbe der Latinos jetzt braun? Ja, also ich bin ganz ehrlich, ich hab's in den Oscars noch nie gelesen, Brown Life's Matters! Müsstet ihr nicht mittlerweile bei dem Rückwärts-Ding sein? Ja, binnen sind wir! Ja, wir! Plurales Majestat! Jay und ich! Nee, ja genau, das sind zwei Leute! Wie fährt man denn dann rückwärts? Ja, das ist genau die Problematik an der ganzen Scheiße! Nicht mit nem Trigger, sondern mit Timing! Ernsthaft? Ja, ernsthaft! Echt?! Fuck, Alter! Peter, wie macht man das eigentlich? Nur Trigger? Ja, nee, ohne Trigger, ohne Trigger, Christian! Echt? Komm, komm, ich hab jetzt ne Chance! Neee! Mann! Peter ist schon fast da, oder was? Ich bin wieder ganz zurückgefallen! Hey, ich check das nicht! Ich check das aber auch nicht, Peter! Warte mal, wie geht das? Ernsthaft? Ja, das ist... Ihr müsst ne Rolle machen! Ihr müsst ne Rolle machen, Leute! Ernsthaft? Boah, wie kann man nur, ey?! Wie kann man... Ja, also, er hat die schwierige Stelle geschafft, der danach ist Bullshit! Was? Nee, ich hab's halt nicht geschafft, aber... Echt? Das ist so geil, ne? Ja, okay. Also, Jay hat einfach mal... Ich bin aber gerade richtig scheiß... Oh, fuck! Jetzt weißt du, warum die ganzen Spastis immer AFK irgendwo... Tony? Ja, ohne Scheiß... Die, die, wir... Ja, weil die Loll Adventure Map zocken! Ja, echt... Eeeh... Michael aus der Welt schon im Song Eeeh... Eeeh... Ey jetzt mal ganz ehrlich, kann mal einer von euch jetzt machen Du schwimmst bei mir Ja richtig, ich dachte, ich hatte die ganze Zeit gehofft, dass einer dich konfirmt und ich den dann über den Haufenball ankam Konfirmt Ja, konfirmt Ich war bei der Konfirmation geworfen Ja richtig, wurdest du gefirmt? Michaelis Ja von dir Achso, dann hättest du meinen 30. Film Von der... Ist ja von Jaytology oder was Wir müssen wieder das Leben lang jetzt haben Genug Vorsprung Yes! Scheiße! Ich hab grad nachgedacht, dich zum Messer Eeeh... 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 Nicht tun! Liebe Freunde... Aaaaah... Ich bin geflasht Halt die Klappe, das war ne HE Haupteingang auf Vorsicht Da sind Schilder in der Toilette links Schilder? Vorsicht, Vorsicht! Es befinden sich Schilder in der Toilette Eeeh... 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 Ja, er ist mein Name Weck dich, verpiss dich Ja echt mal, da weck dich alter Oh ich hab keine Wachen gekriegt Weck dich Da weck dich alter Weck dich und verpiss Oh krass Jetzt hat Pinner gewonnen Nein! Nein! Pass auf! Tschüss Okay, was ein krasses Spiel Moment, ich bin auf Oh man, jetzt hat Pinner wieder Oh nein, der Server! Achso, der Server Der Server Ich bin gerade genau in der gleichen Sekunde gestoppt Wow, der Server hat wieder mehr Punkte als die meisten von uns Pinner hat schon wieder gewonnen Ich hasse ihn aus Ich glaub, der Server Ich glaub, der Server Ich glaub, Helm macht uns fällig Nein! Oh Gott Nein, ich bin auch runter gefallen Oh man, der Server Wow, das kann nicht sein Alter Da ist er wieder Das ist der dritte Punkt So geil, oder was? Nein! Mann! Wer die Granate schließt, der Mann! Wer die Granate schließt, der Mann! So sieht aus Da kam das Wiesel aus dem Wasser und hat die Schlange weggemacht Wer die Granate schließt, der Mann! Ich kasse aus Der ist total irrelevant, weil er letzter ist Also alles cool HALT DEIN MAUL, DU FOTZE! Okay Alter, geht ab Ich hab doch gar nichts Böses jetzt gesagt Du bist auch irrelevant, ey Ja, der meinte sich selber Ich bin der Letzter Ich bin Fünfter gerade Nein, ich bin der Gesamtsstand Halt die Maul, du Fotze Was ist denn los? Der meinte nicht mal dich Du kleiner Wichser So, weg mit dir Reicht dir nicht, Bram? Ja, Peter Reichtert Können wir schon ein neues Match machen? Ja, ja Ich bin schon im Hauptmobil wieder Hä, nein, Mann Das ist voll wichtig Weil dir Müsst Liegen Und nichts zu tun Ja, Jay Komm du mal klar auf dein Leben, Bro Selber, Bro Hab ich mir doch gesagt Kann doch nicht wahr sein Da kommt er doch bestimmt von links Ziegelnd um die Ecke Und schießt mich direkt ab, Mann Bob Ja, hab ich doch gesehen Also du hast ja schon Da kommt das hier noch raus Nee, nee, das war glaube ich hundertfache Slow-Mo Ja, super schnell Das war ein unerfaches Slow-Mo Achtung, Braben Das ist irgendwie angefangen Nein, Peter hat ne Banane Was? Peter hat ne Banane Was? What the fuck? Du hast mich gekillt, Peter Du wirst du denn auf einmal her, Alter Du schmeißt mir die Banane voll ins Face, Alter Und dann kick Und der fang war da hoch Die ist in mein Gesicht explodiert, Alter Was machst du denn? Wo kommst du denn auf einmal her, ey Weil ich grad da nur wegrotzen wolle So war das aber nicht geplant Sepp stand da rum und hat gekauert Habt ihr nämlich beobachtet Ich glaub, Pete ist der andere Der wollte für ihn nach Platz AHHHHH 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 Ja, Peter, ich hab's abgemacht Was sind da? Irgendeiner Ich glaub, Mori AHHHHH 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 Ach ja Vielen Dank fürs Zuschauen Hast du dieses Spiel Weil da ist Jay rausgeflogen Und ganz viele Gegner auch Liebe Zuschauer Danke fürs Zuschauen Schau doch nächstes Mal wieder zu Haut rein, tschüss Aber vergesst nicht zu Zuschauen Aber zuschauen, ja Ich bin da Oh mein Gott Ich komm gleich durch Ich bin da Oh mein Gott Nein Und schicken die Luft ins Bein Kackel 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 Nein, noch nicht! Ich kann hier noch nicht raus! Doch, geht! Ich kann hier noch nicht raus!